Freuen Sie sich mit uns auf eine abwechslungsreiche Veranstaltungszeit. Am Samstag, den 6. Dezember erleben Sie um 20.30 Uhr das 19. Irish Christmas Festival. Es präsentieren sich die gesamte irische Folkforminanz und viele neue Deckungen im Kuhl-Öblan. Am Montag, den 8. Dezember erleben Sie um 18.00 Uhr eine ganz besondere Einstimmung auf Weihnachten. In der Kirche Öblan erleben Sie die Präsentation der CD Trocktes Licht in die eiskolte Zeit. Einen wunderbaren Abend mit schönen, stimmungsvollen Programmpunkten.